Wo geht sie hier gleich noch mal raus? Wozu die Eile? Ja, ich habe heute noch ein bisschen was zu tun. Sagen wir es mal so. Ach. Super. Aber das war nicht der Weg hier raus. Okay. Wo zum Teufel geht es hier raus? Nein. Ah, hier. Gut. Dann wissen wir wo es raus geht. Meine Güte, die sollten auch mal einen Hintereingang haben. Ähm. Ne, nicht hier hoch. Einfach hier. Gerade durch. Perfekt. Ein Wer oder was ist das hier? Ich jage und fische seit Jahren. Werft einen Blick darauf. Bis dann. Ja. Ja. Nichts weltbewegendes. Ach, meine Güte. Das ist ein Hin und Her gereise. Ein Hin und Her gereise erster Güte. Okay. Dann wieder mal hier Bergsteigen gehen. Ist ja mittlerweile Alltag. Ist ja nichts mehr Neues, dass wir hier stundenlang rumbergsteigern. Dann kommt nichts mehr, war uns doch neusfeln. So. Okay. So. Wir haben es fast schon geschafft. Ja. Noch ein bisschen weiter hoch. Wir sind auf dem richtigen Weg, auf jeden Fall. So, komm schon. Ja, wo kommen wir denn hier hoch? Hier. Nicht? Doch. Nee. Nicht. Na ja. Na komm schon. Es ist nicht mehr weit. Na komm schon. Die paar Meter. Ach, wisst ihr was? Wir haben nun hier den Schnellreisepunkt. Dann machen wir es uns einfach. Ganz simpel und einfach. Anstatt da noch lang rum zu klettern. Ach, was den! Da ist immer das. Bost, Bruder! da bämms Mann das gibt wieder Gold hier okay Mann dabei habe ich doch erst nach letzter Aufnahme Session wieder so viel verkauft und nun schon wieder kann doch wohl nicht wahr sein hier das ganze Mann 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 wir werden hier eindeutig irgendwann noch Millionär heute will ich ein Millionär sein heute will ich ein Millionär sein heute geht es mir so gut heute möchte ich Millionär sein ja hey aufpassen wir reisen kurz nach Weißlauf der gute Barbados geht uns auch auf den Senkel hier na na ich habe es mir anders überlegt wir gehen nicht zur Drachenfeste wir gehen in unser Heim wir gehen nach Hause nach Hause wir wollen nach Hause gehen die Göttlichen sind euch heute da ne ich höre ja schon auf jetzt ist ja schon gut das Feuer brennt immer noch wir setzen uns die Axt ist nicht das einzige was der gute alte Klavikus besitzt gebt ihm die Axt der Reue und sobald wir wieder zusammen sind gehört die Maske von Klavikus wieder euch okay wie du meinst naja nun hier mal essen ein paar Weine ein paar Weine ein paar Meets ein paar Meets so na wie geht es denn dir so noch ein frisches Fleisch rein die zwei Hände mal vergiften die zwei Hände mal vergiften und dann setzen wir uns hier mal hin bei unserem schönen Feuer wir können hier auch mal Gallus verschlüsseltes Tagebuch okay ja wird wohl noch von der Quest sein konnte ich damals nicht verkaufen wollte ich jetzt öffnen dann können wir aber nichts entnehmen ja komm schon du kannst dich auch setzen habe ich gar nichts gegen naja auf jeden Fall ich werde nochmals verkaufen gehen oder soll ich überhaupt noch verkaufen das ist jetzt die Frage ob sich das überhaupt noch lohnt so viel Gold wie wir bis jetzt haben naja ich überlegs mir noch wir sehen uns das nächste Mal bis dahin haut rein meine lieben Zockfreunde haut rein meine lieben Zockfreunde tschüss bis jetzt